Dieses Landemanöver hätte gewaltig schief gehen können. Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 kmh fegen über London hinweg. Ein Flugzeug in diesem Sturm zu landen, fast unmöglich. Ein Airbus A321 von British Airways im Anflug auf den Flughafen Heathrow. Die Maschine schaukelt in den starken Böen hin und her, fast wie ein Spielzeug. Beim Aufsetzen auf den Asphalt schwankt die Maschine, droht sogar umzukippen. Die Cockpit-Crew bricht die Landung ab und startet durch. Dabei setzt das Heck fast auf der Landebahn auf. Nur knapp schrammt der Airbus an einer Katastrophe vorbei. Im zweiten Versuch klappt die Landung wenig später, die Passagiere kommen mit dem Schrecken davon. Nicht nur diese Piloten hatten mit dem Sturm zu kämpfen. Auch in Manchester wurde ein Landeanflug zur Mutprobe. Die Boeing 737 wird von den Böen kräftig durchgeschüttelt und muss gleich zweimal durchstarten. Doch auch hier geht am Ende alles gut aus. Ein Hoch auf die Männer und Frauen im Cockpit. Alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020